So, da sind wir, in der Hölle. Wir haben Glavosch besiegt irgendwie, also den Kern zumindest in die Luft geergt. Mal gucken, was jetzt hier noch überhaupt auf uns wartet. Ja, also es ist doch schon irgendwie leicht episch. Einmal komplett im Kreis laufen, aber ich denke mal, das wird einfach bloß ein großer Kreis sein, also ich glaube nicht, dass hier irgendwas... Und ich denke mal, da habe ich keinen Bock drauf. Genau, das sowieso. Ja. Okay, dann Abbruch da, in die weiße Kugel, was auch immer da uns erwartet. Vielleicht die eine Seele, die wir beide uns teilen, zwischen denen wir uns dann zu kriegen müssen. Oder... Ja, genau. Prügelt euch. Um eure reine Seele. Wie ist das Glas? Na, nicht ganz. Im drin ist Wolle. Also bloß außen rum ist klar. Hier ist nichts. Ähm. Ähm. Hm. Also ich hätte ja nur eine Idee. Wenn wir jetzt hier fehlen. Entweder das, weil das war wirklich kompliziert dafür zu sorgen, dass auch die Hölle hier landet in der neuen Version oder wir müssen die Kugel abbrennen. Ich meine, wir haben ja ein Feuerzeug. Gib mir. Okay. Okay, mach du. Meinst du wirklich, wir müssen uns abbrennen? Ich sehe keinen anderen Weg, ne. Und ich... Ich denke... Oh no. Oh no, ja. Am besten ich stelle mich genau hier hin und bewege mich nicht und wir machen das in Zeitraffer. Ja. Ja. Da ist GNT. Hau ab. Nein. Ah. Wolle. Wolle. Alles gut. Wolle. 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 Alles gut. Stille. Erst Schreie und dann Stille. Und dann absolute Stille. Okay. Was auch immer wir hier gemacht haben. Ich glaube es war vor so gedacht. Oh. Ja. Es gibt zwei Tore für jeden Fall das eins. Guck mal und die eine Fackel hat es mitgenommen. Geil. Oh. So. Äh. Weil eigentlich hier nichts ankam. Eine Schweigesekunde für die eine Fackel. Ja. Okay. Weiter geht's. So. Ähm. Hihi. Also das wäre jetzt irgendwie ein scheiß Ende. Ist doch nicht das Ende, oder? Also. Ich würde ja beinah vermuten. Die beiden Dinger hier haben ja auch beide das Format eines Portals. Du hast ein Feuerzeug. Zünd mal an. Ich zünd an. Erstes Link oder erstes Rechte? Ja. Mach keinen Unterschied. Und ich gehe links rein und du gehst rechts rein. Und dann gucken wir mal was Schickes passiert. Oh ja. Gute Idee Erik. Ich hätte jetzt gar nicht dran gedacht. Also nicht daran, dass wir rein gehen, sondern daran, dass es überhaupt Portale sein kann. Okay. Es sieht aus, als hätten wir es geschafft. Geil. Hier sind Tücher. Kuchen. Kuchen. Oh ja. Kuchen. Kuchen. Yay. Kuchen. Yay. Yay. Was steht hier vor? The cake. I promised. Also. The cake is not a lie. Oh. Guck in die Kiste rein. Oh mein Gott. Das sind meine Träume. Auf jeden Fall. So. Wir lesen erstmal das Schild hier vor. Wir müssen ja mal für ein bisschen Klarheit sorgen. Good Job. You did it. Also. Ihr habt das geschafft. Super. Und. You destroyed the core and escaped the factory. Also. Ihr habt den Kern zerstört. Und. Diesen Computer Kern. Und. Ihr seid schlussendlich der Fabrik entkommen. Und. Äh. Herzlichen Dank fürs. Plane. Also. Fürs Let's Plane auch vor allem wahrscheinlich. Und. Aua. Warte mal. Gib mir auch welche. Ich gehöten nach. Ah ja. Ah. Die haben es schon. Klar. Nein. Ey guck mal. Da ist ein Gesicht von uns an der Wand. Von mir. Nein von mir. Das bin eindeutig ich. Okay. Ja. Let me know. On the forum. What you thought of it. Also. Eure Gedanken dazu. Äh. Schreibt sie nicht ins Forum. Sondern unter dieses Video in die Kommentare. Wie hat euch das Let's Play gefallen? Wie. Was. Gibt's zu verbessern? Was. Überhaupt. Was ist hier drin eigentlich? Und. All these people. Here special thanks for playing my previous map. Okay. Also. Hier ist die. Äh. Halle. Der. People. Die gedankt werden sollen. Die lesen wir jetzt nicht alle vor. Das würde irgendwie den. Zeitlichen Rahmen sprengen. Den wir doch irgendwie versuchen einzuhalten. Ja. Ey cool. Man kann sich stapeln. Ah. Ein Kuchen. Okay. Äh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und. Wir essen jetzt noch ein bisschen Kuchen. Lassen es uns gut gehen in unserer Freiheit. Wo wir nicht mehr gefangen sind. Und stellen spontan fest, dass wir gar keinen Sinn mehr im Leben haben. Egal. Wir schaffen das schon irgendwie. Ähm. Ja. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen Leute. Geil. Was? Das Geräusch dazu. Mein Kuchen. Mach mal. Ah. Passiert nichts. Schade. Wieso ist es hell? Es ist nicht explodiert? Noch nicht? Also erstmal brennt es. Oh jetzt. Jetzt ist es gezündet. F***. Jawoll. Aber es hat das andere Team hingegen gezündet. Oh und ein goldener Apfel. F***. F***. Okay alles super. Ich lebe noch. Hier nimm den goldenen Apfel. Erik, komm! Nein! Geh weg! Bäh! Alter! Ja, gröner Appel sind gut Om nom 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 Hehehehe Hehehehe Inge- Ja, gröner Appel Inge- 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 Inge-